Hey Michael, mein Bester, heute ist das Champions-League-Finale. Rick und Charlie kommen später zu mir. Bist du dabei? Geht leider nicht. Ich muss arbeiten. Ja stimmt. Du wirst heute auf jeden Fall was verpassen. Ja. Man sagt, es wird das geilste Champions-League-Finale, was es je gab. Oh. Lass doch einfach den Boss an und fragen, ob er die Ausnahmsweise freigibt. Gute Idee. Okay. Hallo? Hey Boss, ich wollte nur ganz kurz fragen, ob ich vielleicht Ausnahmsweise freimachen könnte für das Champions-League-Finale. Was? Nein. Oh. Oh. Haha, viel Spaß auf der Arbeit.